Ich weiß nicht, ob ihr mit Afghanistan gar nicht was zu sagen sollt. Das war's. Ihr Knie. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal vorneweg. Allen Mamas alles Gute zum Muttertag heute. Ich wünsche euch für die beiden Frauen. Ich bin ein bisschen erschlagen von dem Ganzen hier heute. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viele schöne Zeiten erlebt haben hier. Ich glaube, man hat es die letzten Tage sehr oft von mir gelesen und gehört in geschriebener Form, dass dieser Verein immer mehr war für mich als nur Fußball. Dass mein ganzes Herz in diesem Klub steckte. Das war's. Das war's. Das war's. Slutenzoll! 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 Das macht's mir doch nicht ohne Wisch mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich fast auf einem Tag genau vor zehn Jahren da an der Bande saß. Und Stani, ich weiß, du bist heute hier, du hast dir heute die Ehre gegeben, um zu meinem letzten Spiel zu kommen. Ich habe mit großen Augen Klassikerreiz und habe deinen Bock gelaberscht und ich dachte, wenn du gehst, Stani, dann was soll da nachkommen. Ich dachte, der Verein...